Bauplan. Genagelt. Natürlich kann ich das machen. Was soll ich sonst machen? Ja, was sonst nichts zu tun? Genagelt! Ich habe genagelt. Habe ich schon lange? Puh! Ich sollte Maggie und Lepp mit James und den anderen hörten. Und wahrscheinlich raus aus der Irland. Vielleicht ist es noch Zeit, um sie zu finden. Wenn du da draußen bekommst, dann lass mich wissen, was sie sind. Der hier auf der Couch, der hier vorne. Oh, ich habe eine Mission. Die nehme ich mal an. Bei? Die haben Dulli da, oder was? Haben sie, glaube ich, aus dem Marsch beide. Ich muss gehen. Die Verlorene. Such mich. Maggi. Maggi! Wo bist du? Ist das die Maggi von... Simpsons. Ne. Von The Walking Dead. Die Maggi. War auf, hier rumzusitzen. Schaff was für dein Geld, ey. Was denn? Ich brauche noch Wasser. Hier ist noch ein Paddel. Was ist mit ihm? Hör doch, hört mal auf, was ist denn dein scheiß Problem, du? Manni, Manni. Hä, warum will er denn rein? Das eine Zombie will das andere Zombie angreifen, das macht ja auch keinen Sinn. Warum angreifen wir von dir? Ne, der wollte hier rein. Der wollte rein zu dem, das ist völlig eskaliert. Ja, die wollten... Ah, die wollten Liebe machen. Glatterhatter. Love is in the air. And everywhere I look around. Was ist denn hier? Guck, ich stehe in die Fresse, du... Was ist denn hier? Meine ganzen Waffen sind alle kaputt. Oh, oh. Oh! Ich habe nur noch eine Waffe. Die ist ein Speer auf dem Boden. Ja. Speer, Holz, Altmögliche. Ah, ein Speer. Und ein Holz. Ich ziehe hier erstmal schön eine mit dem Winkel. Nein, nein, wir haben mich gebissen. Ich mache den Beißen nicht. Ich habe auf ihre Brüste geschlagen. Dann haben die alte Falsche gehauen. Oh, fuck. Fuck. Jesus Christ. If you hadn't come along... Was ist denn? Ich ziehe mir erstmal. Ich habe mir erstmal eine Spritze reingezogen. Hallo? Ich schüppse mich beiseite. Kann doch mal nicht angehen. Ich schüppse mich immer beiseite. Ach so, was soll ich? Wasser... Ja... Hoch... War ich nicht irgendwo auch mal eine Werkbank bald? Ich hänge fest. Ich könnte ausrasten. Hier ist eine Werkbank. Jawoll! Huch, hör mal die Tür zu hier. Baseball steht hier auf. Äh... Ach... Können wir nur reparieren? Ne, upgraden wollen wir... Ähm... Upgraden, modifizieren... Fleischköder... Fleischköder... Ich schüppse mich und dann gehe ich raus, um meine Frau zu treffen. W-w-w-w-w-w... Er hat gesagt, ich habe den Geist mit meiner Frau. Hab gesagt, ich habe den Geist mit meiner Frau. Perverses Schwein. Ekelhaftigkeit. Was ist los mit dem, Alter? Das ist los nötig, die Kohle, oder was? Ach, sie lebt noch. Ich hab doch gerade den Stab ausgehauen. Geht und fertig. Ich hab gerade den Stab aus ihr rausgeholt. Oh mein Gott. Ich meine es ja. Ekelhaftigkeit. Was ist denn hier? Hä, wo ist das denn? Wo kommt sie denn her? Warum sind denn die so aggressiv, ey? In Walking Dead laufen die langsamer. Bei Walking Dead sind die entspannter. Nelly. Ich bleib hier. Alter. Komm doch her, du. Hallo. Gibt's was mit der Rute hier? Oh ne, das sind alle meine Waffen. Ja, gibt's ja wohl nicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, die hat keinen Schlüpper an, aber die hat einen an. Ja, ich brauche mal ein paar Waffen hier. Sind wir überhaupt richtig, Jan? Ein paar gescheite Waffen, mal irgendwas schönes hier, ne? Ähm, da oben ist es ja schon zum ersten Boss, oh oh. Ich habe eine Gasflasche in der Hand. Mhm. Hier oben ist der erste Boss schon, ne? Achso, was hat das jetzt gebracht? Nichts. Waffe? Nee, ist kaputt gegangen gerade. Oh, die Schnauze. Au, 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 au. Der hat mich gepissen. Doch, jetzt habe ich keine Waffe mehr. Oh, ein Hammer. Ähm, da ist eine Waffe, hier, da bei ihm. Ja, ich habe was. Mach mal die Tür bitte auf. Warte kurz. Da oben. Habe ich doch gerade, hä? Willst du mich rollen? Ja, weil hier kommt gleich der erste Boss. Hau auf, zu. Oh, ne, alle Waffen hat das hier. Liegt hier noch irgendwo was? Hier liegt noch. Energy. Warm. Allerschöne Kanister in die Fresse, weißt du. Die hört sich da schön. Das ist ja ein Fresserraum hier. Die lebt immer noch, die Dulle. Jetzt nimmer. Eigentlich brauche ich mir eine Schusswaffe, ey. Warte mal kurz. Da kommt jetzt der Boss drauf, vorsichtig. Ja, warte kurz, Raserei, Kampf oder Überleben? Ach so, warte mal, habe ich auch noch. Medikids sind für scharfe Waffen, sind effizienter, setzt seine tödliche Fähigkeiten einem in den Fehler. Ich glaube erst mal, ich glaube erst mal Leben ist, glaube ich, geschickt. Ah, Waffen, Stumpf, 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 Waffen, Halbbarkeit, das würde ich nicht aufgeben, voll. Ja. Ich habe mal geguckt, also ich habe hier gerade nichts gesehen. Was haben wir hier, was du noch eine Waffe brauchst? Was haben wir hier, was? Stock. Komm, schmeiß nicht einfach die Fresse. Warte mal, ich habe... Molotow, wie werfe ich denn Molotow-Cocktails? Wie werfe ich denn mit G wahrscheinlich, ja? Boah, ich weiß es nicht mehr. Wir werden es sehen. Das ist schon lange her. ist sie mit ihm nicht richtig mein schatz meine wache Ah, er ist größer und noch. Hä? Der hat ganz viele Pflege, da muss man ein bisschen aufpassen. Immer auf den Kopf ziehen. Ah, weg die! Das war schon? Ja. Ja doch, war so ein kleiner Boss. Mail it! Mail it! Hier war noch eine Werkbank, genau, hier. War so ein Scheiß hier. Ist gar nicht mehr der Werkbank. Da hast du dann gesagt, Boah, aber! Boah, warum hat er denn hier, Alter? Ein kleines Missgeburt, so. Du kleines Missgeburt, sagt er vor allem. Guck! Guck! Kann ich eigentlich heim? Hm. Boah! Guck! So, ach ne, die Waffe ist auch ein paar Schaden, Kaiser. Also, paddel oder so ein Bösenstüge. Wie haben wir den? So, warte kurz, ich muss kurz was regeln, ich habe mein ganzes Geld gerade ausgegeben. Tee für Taraschenlampe, da drin eskaliert es gerade völlig hier, ist ja ekelhaft. Tee für Taschen, ah egal, habe ich das nicht verstanden gemacht, erkläre ich dir später. Die Taschenlampe ist auch nicht von NCC gerade, also gelebte noch, das hängt wie ein Fußbogen. Hat gerade angehört wie so eine Tröte. Ich habe ihr auf den Popo gehauen. Das hat ihr bestimmt gefallen, hat sich zumindest so angehört. So, liegt denn irgendwas rum? Harald. Harald. Nee, Harald hören dann. Ich glaube wir müssen erstmal nach oben. Geht es hier hoch? Ja, hier ist Hausen wieder bei der Weiber. Ach ja, hier. Hey, 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 hey. Wir müssen mal gucken. Ja dann. Luken auf. So, wo ist denn der Achim hier? Könnt ihr immer aufhören hier alles weg zu fressen. Andere haben hier auch Hunger vielleicht. Was mit dir? Da ist eine Tür. Oh. Manchmal stellen die sich an, wenn sie einfach die Tücklinge betätigen wird, wird sie auch einfach reinkommen. Weißt du? Ja. Ja. Leute schickt das Arbeitsamt, ey. So, kann man hier noch irgendjemand beklauen? Ja, das ist hier. Voll ausgeweitet, ey. Alter, lebt ja nach der... Habt doch früß abend. Mensch. Ach. Seid ihr mitgebrochen. Leichtes Aggressionspotential. Ja. Ohne Karte. Achso, hä? Kann man irgendwo hinreisen? Ja, das ist jetzt unser neuer Fristgrund, so zu sagen. Jawohl. Ja, fahr durch die Strasse durch, genau. Was willst du erwarten von denen? Aber damit es auch jeder sieht, steht extra Safe Zone an der Wand. Ja, genau. Er ist ganz wichtig. Ach, Kerle. Oh, ich habe einen Hackebeil, einen Hackebeil. Oh, ich auch. Oh. Der labert aber allen auch wie ein Gespräch ans Ohr, ne? Wahnsinn, ey. Oh, das Messer ist aber schnell im Arsch, du, ey. Oh, je, 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 je. Ja, das sieht aus. Hoffnungslos. Alles Hoffnungslos. Ja, hallo. Also erstmal zum Werkpack. Lassen Sie mich weg. Lassen Sie mich weg. Ja, ja. So. Reparieren. Oh, Mann. Kann man es nicht wegdrücken? Ja, ja, ja. Weißt du, dann kriegst du ein Hackmesser, das schon kaputt ist fast. Also eine Frechheit, ey. Was? Nur 92 Prozent. Ja, sie sind. Ja, sie sind. Ja, muss ich sie an. Aber ich habe immer noch nicht gebrochen. Was? Suche vier Ersatzteile bei Auto in der Nähe. Alter, was? Ja. Was ist das für ein Deutscher? Suche vier Ersatzteile bei Auto in der Nähe. Hey. Na klar, natürlich. Was mache ich jetzt sonst alles? Ääh. Marc wird. Marc wird. Marc wird. Marc wird. Marc wird. Wie möchte das so? Marc wird. Sie ist im Fußball... Ah, Marc wird. Ouh. Ouh. Frusty, sie hat sich schon mal für dich hin... platziert. Für die Sprechstunde. Das ist doch kein Kerl, oder nicht? Nein. Das weißt du doch gar nicht, dass es ein Kerl ist. Das ist doch kein Kerl. Das ist doch kein Kerl. Ja. Das macht 3 Millionen Yen. Oh, hier ist ein Waffenkaufen bei einem. Willst du mir helfen? Warte, ich quatsche gerade noch bei einem. Ja, komm, gib die Quest her. Ja. Wie viel Geld habe ich denn? Wo steht das denn? Ach, da oben 1200. Wo ist der Waffentrone? Kaufen. Einmal Draht geschauft. Cash, 700 habe ich. Rundmesser, ich kaufe einfach mal alles in einmal. Motorteile, 2500. Ja, die sollen wir ja suchen, deswegen sind die so teuer. Ich bin pleite. Ich habe gerade mal ganz Geld ausgegeben. Freizeit, Gas, Nagel. Ich kann immer noch nicht abreden, was ich da noch nicht habe. Wo soll ich denn Fleisch herbekommen? Oh Gott. Ich brauche Schäbeband. Ich brauche Schäbeband. Hast du Schäbeband? Komm auf. Äh. Ehm. 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 Klebeband habe ich, ja. Da fehlt mir aber immer noch Metallschraub. Nein. Uhhh. Sehr schwer. Ach so. Mal weg da. Deine Mischung ist mir noch zu schwer. So, kann ich hier irgendwas machen? Modifizieren? Ne, ich kann noch gar nicht. Ich will mal eben eine Autoseite suchen. Wolltest du mich haben? Oder wollen sie eben hier bleiben? Ich gehe gleich mit. Ich bin mal runter. Ich bin mal ein paar Zombies. Ach so. Beschädigte Gegenstände. Entschuldigung. Konzesse Lilly Fee. So. Upgrade. Nein. Habe ich nicht genug Geld. Wolltest du das Menü fragen? Wollen sie erst reparieren? Ja? Nein? Das stimmt, ja. Wollen sie sich erst dein Finger ins Auge stecken? Ja? Nein. 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 Na komm, mach mal hier. Natürlich. Okay, gut. Für 90 Dollar mache ich alle roten, alle Totenköpfe rot. Klar. Nein. Habe ich vorhin echt noch nicht angenommen, ey. Ja klar, komm, doch geschissen. Ist hier oben noch irgendwo was? Bist du unten? Ich bin gerade nach oben gelaufen. Ja, ja, ich bin hier unten unten unten. Hol Benzin von der Tankstelle. Ja. Hä? Ne, mach das noch nicht so, ich hab ja erst viel später. Okay, ich komm zu dir runter. Ja, wo du hinläufst, da ist er nämlich schon ein bisschen schwerer. Ach. Uns ist nix schwer genug. Gibt's hier Fallschaden? Ne. Hier muss irgendwo ein Auto sein. Ein Auto. Ja, da vorne ist eins. Ne. Hier ist ein Auto. Ah. Ersatzzeile holen. Kannst du aufmachen? Ne. Bei dem nicht? Ne. Geht das bei dir? Ne. Ne, ich hab hier ganz hinten auch noch ein Auto, glaub ich. Ne. 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 Welche wolltest du da machen? Ach so, ja. Mir egal. Das ist die Hauptschwester, äh, mein Schatz. Oder Lazarus erhebt sich. Ja, mach mal Lazarus erhebt sich. und jetzt Quests Lazarus erhebt sich Suche für Ersatzteile bei Auto in der Nähe Danke Geht's vielleicht jetzt? Ach, Geld Hier hauen wir die Löcher aus dem Käse und dann geht sie los Was ist denn aller? Ich hab dir mit dem Hammer in die Fresse geschlagen Du kleines Trickstück Wo bist du denn? Kommst du zurück, oder? Na ja, wir haben es am Anfang und dann noch weiter Okay, ich komme Dann erscheine ich Nein, hier wollte ich gar nicht lang Da vorne bist du Nein, mein Waffe ist hinüber Ach, mehr, ja Frosty Ich eile Wasch mir mal kurz die Füße, die waren dreckig So, hier haben wir noch ein Paddel Ich muss mal kurz die Energie tanken Mein Königreich Für einen Energy Drink Ist das eine Fangfrage, oder? Was hält der denn alles aus, ey? Oh, dieser kleine, dreckige Was hält der denn aus? Ich muss mich verarschen, oder? Oh Ich glaube, er ist tot Er schläft den Schlaf der Gerechten Hä, wo denn? Wer schreit denn hier so? Ciao Irgendeiner eskeliert hier gerade ein bisschen Oh, geil, hier ist eine Schaufel Was ist mit dir, du Vorwohner? Komm doch her Ja, komm doch raus Kann es sein, dass du dumm bist Wer nicht auf mich warten kann Ich hab mal angeklopft Hallo Nein Vielleicht dem hier Ja, dann komm doch raus Getrottel Wo? Hä, was ist mit dir? Dreck, sag elender Havi, Erste Hilfe Paket Warte doch Hä, ist mein Hammer kaputt, oder was? Erländersagen Hä, ist mein Hammer kaputt gegangen? Nein, mein guter Hammer ist kaputt Ich weiß nicht Ich hab einen Kanal Nee, wo bin ich jetzt? Hä? Ich hab mich hier hoch Hä, und vor allem wenn der Hammer kaputt ist Ist er weg, ne? Oder? Glaube ich Hammer kaputt Ja, du lässt ihn dann fallen, ne? Mein guter geiler Hammer, Alter Der war so gut Der ist weg Ich kann kotzen Wo bist du jetzt schon wieder hin? Warten sie einfach nicht auf mich hier Freundchen Ähm, ich bin grad irgendwo Ähm Ja, ich bin auch eben untergegangen Was wir sehen Oh, das ist Na, ich hab Ähm Hallo Ich weiß nicht, was hier ist Keine Ahnung Ist hier nicht wahr? Oh Äh, nichts ist hier Gottste Ich kann doch Nachschampf irgendwie machen, ne? Können wir Nachschampf machen? Ach, hier geht's hoch Ach, mit E Mit E kannst du treten Oh, hier Ich füge dir unseren Räum Ich füge dir unseren Räum Wee Vielleicht ist da etwas drin Hallo Was denn? Hallo Ich hab einen Schlagring gefunden Einen schweren Stock Ich auch Ja, einen Schlag hab ich nicht War's da schon? Anscheinend Böse! Böse Bonka, voll langweilig. Buh! Das ist echt voll langweilig. Ich bin weg. Achso, verleichter. Warte mal hier geht es auch noch irgendwo hin. Ist das nicht dasselbe? Nee. Echt nicht? Nee. Da war noch ein Stückchen. Erstmal eine Energy. Ach geil. Erstmal die Sucht befriedigen. Das war es ja. Hallo. Wie hier mitten im Eingang stehen bleiben. Oh! Ich habe meine Schaufel weggeschmissen. Oh! Jetzt habe ich sie wieder. Ich könnte das auch wieder fahren. Hui! Ich bin Beifahrer. Können wir wirklich fahren? Ja. Aha. Ich bin Beifahrer. Ich wollte Beifahrer sein. Ja. Traurige Geschichte. Alter. Sei froh, dass du nicht fahren musst. Alter. Hast du gesoffen da? Oder war das... Da äh... Ist das nicht durch? Weiß ich nicht. Da ist halt keine Straße. Oh! Oh, der fährt immer sehr hoch für euch. Ach, Quatsch. Hört sich nur so an. Oh! 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 Wir sind ein paar mehr. Wann mal eben. Wir müssen uns mal eben aufräumen. Ja, wollte gerade sagen. Kümmer dich erstmal drum. Die sind aber angepisst, hier. He grown, wir sehen sich noch gut aus. Hi! Der war im Auto! Der hat mich geschlagen, die Assis. Da war ProM oder so. Er Nico. Also... Aua der schlägt mich. Vorsicht ist alles voller Strom hier. Ich hab die Maul, ich hab das mal schwer. Hallo. Was ist denn alles los, wa? Naja, wow. Oh, was war das? Hallo, was machst du denn da? Nix, ich bin nur hinge... Au, au, au. Warum drehe ich mich um ey, warum drehe ich mich um? Ich bin hier alt. Ich kann doch nichts dafür, ich hab nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab ja nicht gemacht. Hallo, jemand zu Hause? Oh, ich hab Schabrit gefunden, den ich nicht aufnehmen kann. Schabrit brauchen wir, glaube ich, für Mollys. Oh, haben alle angelaufen. Hallo, Blatrix. Jawoll, wir sind da. Hallo, Blatrix. Schöne Jute Morgen. Hä, ich hab grad irgendwas ausgeschalten, aber irgendwie ist immer noch an. Hä? Äh, Schalter B, C und was, äh, noch irgendwas sollen wir ausschalten. Wir sollen mehrere Schalter... Also einen hab ich schon mal ausgeschalten. Ich schalte mal in den Tank, da wird wohl nur einer ansteigen. Was ist denn, wo denn, was denn, wie denn, wer denn, wie denn? Du hast wieder Hunger, deswegen weiß nicht immer. Ja. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Äh, genau. Kommt der hoch? Kommt der hoch, rüber? Was ist mit ihm? Warte, ich helfe ihm. Hä? Ich hab ihm drüber geholfen, ja. Der arme sah so verzweifelt aus. Dann schauen wir ihn daheim. Ach, hier. Übers Auto. Hä? Hier. Jo. Ja. Also, ja. Hier. Hier. Hat er Bier gesagt? Wo ist Bier? Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Oh, der macht Pause, der ist müde. Der schläft. Oh, oh. Mach die Tür nicht auf. Doch, muss ich ja. Ist ein Faufel. Hallo. Lass mich mal raus haben, lass mich mal raus haben. Komm, Klaus. Hey, Mut. Komm raus da. Los. Wir müssen mal kurz mal ne Waffen gucken. Lass mal meine Schaufel nehmen. Was ist denn? Ich hab jetzt ein schönes Palt. Lass mich mal raus. Alter, der nimmt überhaupt keinen Schaden, ey. Fuck, der nimmt überhaupt keinen Schaden. Pass auf. Das sind Schläger, ne? Ey. Sag mal. Aua. 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 Der hat mich gehauen. Also mein Ball hat einen Nagel. Du musst ja ne Blübseche schon bekommen. Ja, genau. Aua. Aua. Lass mich raus haben. Lass mich raus haben. Dann können wir von beiden Seiten. Aua. Oh, oh. Oh, ich bin gleich. Ähm. Ich bin gleich tot. Ich bin gleich. Ich muss kurz Pause machen. Haha. Ich hab gar nicht raus. Blöd. Ich hab kein Haar mehr. Das ist natürlich dumm. Oh, meine Schaufel ist kaputt. Er schleppt doch endlich, Mann. Du blöds. Mist. Oh. Aua. Er hat mich erwischt. Aua. Aua. Oh. Er hat mich ja blaues Flächen morgen früh. Dreckigen, ey. Aua. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Schön mit dem Schlagring in die Fresse. Oh, wir haben ihn noch. Oh. 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 Hör auf zu rennen. Oh. Was ist denn mit Leben los jetzt? Oh. 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 Oh Xavier Gambi. Alter, wir brauchen hier ne Knarre glaub ich. Da draußen steht auch schon einer. Äh... Waffen... Also schnarchenunsverschemical Coast ist fast gar nicht plus da im Spiel. Gans wenige. Okay. Alter, fick dich, ey. Bin gleich tot, ey. Hat mich voll erwischt grad, der Assi. Warte mal, ich muss kurz. Oh, ich hab noch ein Haar. Ein Haar hab ich noch. Ich muss grad noch schnell Waffen wechseln. Ich muss grad auf eine Distanzwaffe gehen. Da kommt noch einer, warte, da kommt noch einer. Jawoll. Vorsicht. Der schlägt zu, der schlägt nochmal. Der schlägt immer zweimal. Da haben die gleich. Das haben die. Jawoll. Steinigt ihn. Hier ist irgendwas. Dietrich Stufe 3. Machst du das? Auf? Ja. Schalter. Das ist der Schalter, genau. Hm. Oh, hier kann man Waffen reparieren. Ja. Schalter ist auf. Überraschade machen wir auf weg. Upgrade. Upgraden? Hier Sprit. Ich kann hier Sprit nicht aufheben? Hä? Warum kann hier Sprit nicht aufheben? Hä? Also. Schwerer Stock reparieren. Schwerer Stock upgraden. Ähm. Ob hier ist noch mal. Nochmal upgraden. Und nochmal upgraden. Und nochmal upgraden. Ja. Ähm. Reparieren. Ja, das ist doch. Hm. Hm. So ist das. Baseballstieger. Aber ich wüsste nicht. Ja, so schön. Modifizieren. Upgraden? Upgraden müssen wir mal. Modifizieren. Schwerer Stock. Modifizieren. Es fehlt immer irgendwas. Ne? Stäbelband. Nägel. Oh, was denn jetzt? Oh, ich hab einen schweren Stock. Hab ich Nägel drauf gemacht. Geil. Wo brauchst du Nägel her? Die hab ich gekauft. Bei dem Händler, Hannes. Ach so. Ich will auf Nägel haben. Irgendwo ist hier noch einer. Da sind noch mehrere, glaub ich. Da sind noch mehrere. Wir müssen irgendwie in die Tankstelle rein. Warte mal kurz. Dann mach ich... Die Quest. Wo ist das mit der Tankstelle? Schalten Sie einen Strom in diesem Bereich aus. Schalten Sie. Wir müssen irgendwie, glaub ich, in die Tankstelle rein. Warum müssen wir irgendwie Strom ausmachen? Ja, um in die Tankstelle zu kommen. Weiß ich auch nicht mehr. Ne, damit man nageln kann. Jaaa. Kann man so sagen. Darf ich? Wo war ich... Irgendwo muss noch einmal Strom sein. Warum denn jetzt? Oder nachher? Da war eben noch keiner. Hier geht's nicht rein, ne? Hier ist halt noch Strom, aber wo... Wann kann ich das Brett eigentlich nicht aufheben? Das weiß ich nicht. Das kommt wahrscheinlich erst. Da ist eine Waffe oder so. Da ist eine Waffe. Nach der Schaufel. Ja voll. Ähm. Ja, wo bist du? Ja, wo bist du? Laut Map zeigt sie mir an, wir müssen den Berg hochlaufen. Hä, warum laufen die alle da rein? Ja. 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 Also laut Map müssen wir da hoch. Laut Ziel. He he he. Ich hab dir reingeloggt. Ähm. Lass mal fahren, wa? Ja. Ja. Boah Gott. Ja, weil's die Sicht, weil's die Sicht irgendwie voll weg macht. Ja. Ja. Ups. Ey. Warte mal. Aussteigen. Aussteigen. Bei Autos gibt es auch immer... Aua, Alter. Da fährt er mir einfach so hoch. Ich bin fast tot, Alter. Wie konnte mir das passieren? Da ist überhaupt nix. Hä? Hier ist gar nix. Ich bin doch gerade mal nicht drüber gefahren, du Tricks. Oh Gott. Oh, hier ist ein Energy Drink. Hier, Rossi. Ich hab auch so Teile. Ich hab auch so Teile. Hier ist ein Energy Drink. Hier in dem roten Kästchen hier. Oh, 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 oh. Schön die Sucht befriedigen. Ja, voll so. Kann ich auch hinten mit fahren, ne? Doch, kann auch hinten mit fahren. Cool, ich fahr hinten mit. Die Hupe geht nicht. Scheiße. Fallt auch so. Leust laufen. Vorsicht! Wer hast du erwischt? Ich hab irgendjemanden erwischt, ich weiß nicht. Vorsicht! Hände aus der... Hände aus der... Oh, oh. Oh, ähm, 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 ähm. Da kommen welche aus den Schuhlaufen. Vorsicht! Bittee! Ja, ja, schöne Berge, schöne Fallen. Oh, Alter, voll die steile Kurve, ey. Warte, 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 eine Frau, die braucht Hilfe. Ah, Alter, Alter, ich fahre nicht mal mit dir, ich hab Angst. Ich kann dir gleich mal helfen, Fräulein. Ich hab vor uns den Medipack gefunden und wir fuhren. Er ist noch da drin, in dem Auto. Du musst mich helfen, ihn raus zu holen, bitte. Ja. Oh, danke, schnell, hier. Oh, nee. Nee. Ey, ich bin verwirrt, ich will Auto fahren. Das ist bestimmt ein Zombie mittlerweile. Unfall, ja, wie sollen wir hier rausfinden? Hä? Nimm mal mit mir die Pech, nimm mal mit mir. Ja, aber da kommst du nicht hin, die kriegst du nicht. Was ist denn? Tür aufmachen. Irgendwie, Tür auf. Da ist alles. Ich drücke. Was denn? Ah, natürlich. Wo denn? Da oben haben wir hier angerufen. Oh. 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 Was denn? Oh. ... Wo ist denn? Wer ist denn? Wo denn? Wie denn? Was denn? Er hat noch Geld einsteckt, den muss ich erst beklauen, bevor ich hier irgendwas mache. Was denn jetzt? Was machst du denn? Machst du hier Handbeschwörung? Was war denn das? Bist du Uri Geller oder was? Einfach nur die Hand hingehalten. Was denn hier mit der Scheiße? Gib mir die Kacke hier! Was hat denn der für eine Friese, ey? Ich will jetzt die Scheiße da hinten. Was, was du aus dem Trunk brauchst, was du brauchst, was du brauchst. Okay. Hallo, ich will auch was! Oh! Nein! Warte! Den kriegst du hier! Parchi! Parchi! Ich muss auch wegwerfen. Ja, ich muss auch mal hier irgendwas wegwerfen. Ähm, ähm, abgenutster Stock? Stock abgenutzt. Fallen lassen. Fallen lassen. Genau. Gib mir ein paar Stunden. Paddel abgenutzt. Fallen lassen. Habe ich jetzt die Beine aufgehoben? Das weiß ich nicht. Ja, hab ich. Achso, ich bin schon wieder hier. Gelevel upt. Gelevel upt. Mach die Scheiße hier. Äh, wenn du den Raserei verlierst, drücke Y gedrückt, um die Raserei zu nutzen. Okay. Ja, genau, hab ich auch gemacht. Aber muss ich erst, glaube ich, auffüllen, oben bei der Faust. Ja, bei der Faust Gottes. Hä? Hast du gar nicht. Oben links ist bei meiner Faust. Hä? Wo ist denn deine Energieanzeige und so? Die ist weg. Hä? Mal so eine blöde Frage. Ja, ernsthaft? Ich sehe die bei dir auf dem Bildschirm nicht. Ja, die kommt nur, wenn es abgeht. Hä? Bei mir ist die immer da. Nein. Ich sehe die Hände. Bei mir. Oh, ich sehe die Hände. Und da sind es dann auch aufgeregt. Oh, ich sehe. Drei. Also, warum? Weil das war ganz bald. Vielen Dank.